Der russische Präsident und seine politische und militärische Führung sollten wegen des Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine vor Gericht gestellt werden. Das ist die Meinung von EU-Kommission und Parlament. Sie wollen, dass dies durch die Einsetzung eines Sondertribunals geschieht, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Deutschland und die USA sind einige der Länder, die diese Idee sehr lautstark vertreten. Russland würde jedoch gegen jede entsprechende Resolution, die dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt wird, sein Veto einlegen. Die Aufgabe könnte aber den 193 Mitgliedstaaten der UN-Generalversammlung übertragen werden. Aber es ist noch nicht so, dass Russland mit den Tribunen zusammenhängen wird, zum Beispiel mit den Tribunen. Es ist wirklich eher eine politische Sache, als eine legale Sache. Und wie man sich die Wahrnehmung über diesen Verbrechens der Aggression vertreten, denn die EU-Kommission hat gerade gesagt, dass sie ein bestimmtes Zentrum mit Experten, von Juli auf, dedicated an diese Herausforderungen? Der internationale Strafgerichtshof untersucht bereits Vorwürfe von Kriegsverbrechen und Völkermord in der Ukraine. Russland erkennt die Autorität des Strafgerichtshofs nicht an, der von 123 Ländern akzeptiert wird, darunter allen 27 der EU. Dagegen erkennen auch die USA das Gericht nicht an, wollen ihm aber helfen. The United States is not a member of the Rome Statute, which created the International Criminal Court. But there are many ways in which we can be and have been supportive of the work of the court. This includes a whole range of diplomatic support, of course. We can also assist with the capture and transfer of suspects. In Bezug auf die Schaffung eines Sondertribunals zur Verfolgung der russischen Führung, sagt die US-Botschafterin, dass mehrere Optionen geprüft werden könnten. Ukraine could also enter into a treaty with, for example, the Council of Europe or even the European Union potentially, to create more of a regional body. Ukraine could also create a tribunal internal to its own system, but then allow international prosecutors, judges and other experts to staff various positions. We've seen these sort of hybrid models around the world. Der Generalstaatsanwalt der Ukraine sagte, die Behörden hätten seit Beginn der Invasion vor einem Jahr mehr als 65.000 Kriegsverbrechen registriert, darunter Hinrichtungen und sexuelle Gewalt. Vielen Dank. Vielen Dank.